hallo und herzlich willkommen zurück bei situation 2 ja gestern ist die folge wieder ausgefallen ja genau das muss das gestern sein obwohl ich es eigentlich heute auf nehmen wo sie ausgefallen ist ich habe erspätschicht das heißt ich habe nur frühzeit zum aufnehmen oder nachts und ich dachte früher die wollen mich verarschen geh so rein es steht ein update server sind da und dachte immer so eine scheiße aber gut ist halt so ist ein online game oder so teilweise eigentlich kann ich ja komplett alleine spielen aber egal wir machen jetzt den haupteinsatz stufe 14 stufe 12 ok dann machen wir doch erstmal den da also hört doch auf das ist weiß jetzt bin ich fünf satelliten der zwerg der die wischen wiederherzustellen er sagt gar nicht mehr was keine erklärung oder machen na gut na gut und das geiste ist dann jetzt habe ich endlich endlich jetzt dann urlaub und ja das drücke ich euch noch öfter rein ne geschmarrt dass ich halt auch mal endlich wieder mehr aufnehmen kann weil in letzter zeit und ja mir ist klar das haben ja noch einige ich könnte mal nachschauen ob da noch kommentare stehen aha boah du ziehst ganz schön viel ab also für das dass du mit dem scheiß bogen schießt was wollte ich sagen ich habe keine ahnung was war das jetzt leicht verzögert jetzt auf hier um zu spacken ja ja weil dann habe ich endlich mehr zeit zum ich glaube ich wiederhole mich grad fuck also ich nee und zwar geht es darum ich nehme ja eigentlich immer vorher auf und in letzter zeit war so viel los und mir ist natürlich klar privat leben geht vor youtube und so ein zeug aber mich regt es halt trotzdem auch wenn ich diese folge nicht zusammenbringe vor allem wenn dann wieder irgendwas dazwischen kommt und so ist halt einfach so vor allem nachdem ich das jetzt eineinhalb jahre hättet ihr seien scheiß hör auf mich anzuschießen ja wurde mal so das jetzt schon macht das ist halt schon fast dazu ah fuck ich vergesse immer dass die das wegkicken können es ist halt schon normal für mich geworden da jeden tag was hochzuladen das zeug zu machen wobei ich mir manchmal denke vielleicht wirkt es ein bisschen wie vielleicht ist auch ein bisschen zu viel was ich alles hochlad aber ich zocke halt gerne und es gibt zu viel zum zocken ich meine jetzt haben wir jetzt die division generation bläh generation zero hier abgebrochen okay soll das so sein dass das gräber sind oder weil es ist dann irgendwie einfach zu langweilig geworden ich hoffe es kommt mehr content nach oder es kommt irgendwie eine verbesserung wo man sagt ey jetzt lohnt sich es wieder ich würde mich schon gerne wissen wie es weitergeht aber ich habe halt ein paar tests gewesen und äh es heißt halt es wird nichts besser es bleibt im prinzip übers komplette spiel gleich und kommt ein paar story schnipsel und das wars wir machen jetzt den scheiß haupteinsatz fahrt ab doch mal ich bin schon wieder auf dem weg zum kontrollpunkt weiter in der nähe ist ich könnte also nein 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 hör auf böse böse division agent irgendwas hatte ich vorhin auch noch angeschnitten ah ja weil mir welche geschrieben haben youtube geht vor privatleben und bla bla da müsste ich ah ja genau das wollte ich sagen ich bekomme von kommentaren von euch bekomme ich ja ich glaube mal kurz hier stehen scheiße habe ich jetzt hier irgendwas gedrückt nö bekomme ich ja von euch einen äh über youtube eine nachricht hey da hat jemand kommentiert oder hey da hat jemand auf deinen kommentar geantwortet oder so ein scheiß halt aber bei den community dingern irgendwie komischerweise nicht wenn ich jetzt bei mir auf community gehe kann ich einen text eingeben et cetera et cetera und ja keine ahnung das zeigt es mir komischerweise nicht an ich habe mal nach einem monat gemerkt dass da irgendjemand eine antwort runter geschrieben hat da denkst du da auch hä wenn wir isaac wieder im ganzen land online bringen wollen müssen wir das lokale system mit dem satellitnetzwerk verbinden oh im noah hauptquartier sollte das möglich sein gehen sie zum kontrollraum ich kann sie von hier aus durch den ablauf führen ja lass mich jetzt erstmal ja lass mich jetzt erstmal aber jetzt dreh dich um dreh dich um dreh dich um so habe ich mir das dir nicht vorgestellt na die schnauze dreh dich um drehst du dich um sie dreht sich nicht um ne und schmerz du hast mich nicht einmal getroffen mann ich weiß zwar nicht was du mit schmerz oder der mit schmerz gemein oder wo oh nein wird sich mein geschütz drum kümmern ja wird das wird das wasser eigentlich zerschicken bringt aber eigentlich nichts ich zieh auf das geschütz gut du ziehst auf das geschütz dann zieh ich auf dich deal 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 ah jetzt liegt da oben wieder so einer hä ihr wollt mich doch jetzt gerade alle verarschen bisschen oder hä ich habe mich offen zu erkennen gegeben indem ich mein geschütz mitten unter mitten hinschmissen hab oh scheiße ich sollte mit zwei auge reifen wenn die auf uns zu rennen oh hä du kleine arschkrampe noch ein neues magazin kannst du auf mich zählen lauf 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 ach komm schon ich bin schon getötet vor allem was ist mit meinem geschütz los gewesen das war läuft ja super ich bin schon wieder genervt wenigstens werde ich hier rausgeschmissen so ihr kriegt jetzt alles ab zack 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 so dass wir mal von hier hinten ein bisschen weißt du das ist ja so geht es ein einsatz fiel ein einsatz fiel so na wow jetzt geht es hier aber auch ab was ist denn das uuuuuh anlegen was ist denn der schönes war eigentlich das ne granate ich weiß ich sollte die granaten öfter benutzen aber das dauert mir irgendwie zu lernen so rein da was geht hier ab der kontrolraum befindet sich oben im atrium der kontrolraum befindet sich oben im atrium national organisation of aeronautics ok ok ich bin ne mann im mode ich bin ne mann im mode hä ah jetzt darf ich da drüber steigen was soll denn das hier ist ein geileser Marsch keiner hat mich gesehen wir schleichen uns vor ich sollte vielleicht auch manchmal öfter flankieren oder so ein scheiß hat er einen Raketenwerfer die division schnell gebt er auf oh du kleineren ist kein ich hab ihn aaaah gerade noch erwischt gerade noch erwischt ich weiß nicht ja und der da ist einer versuchts an der Flanke kümmer mich drum ich muss vielleicht hä knapp dir den der Mer da das ist für mich kein gutes KI verhalten das hatte ich in der letzten Folge schon mal besprochen ich hab mir das dann angeschaut und dachte ich mir hm ja vielleicht ist es auch zu viel mimi mimi oder war es in der vorletzten Folge wow ich hab seinen Unterarm erwischt und jetzt bringt das nicht auch nur selber um oder was gebe Feuerschutz jetzt hast du ein Problem nein ihr habt das Problem denn ihr seid die die wohl tot sind ich am leben ihr tot seht ihr den Unterschied oh warte mal warte mal Feuer frei ah wirklich willst du mich verarschen das Ding ist neben dir geplatzt man dämliches Arschloch warte für ein Miepse warte mal Sniper ich jetzt aufs ey schon wieder so einer der wurde einfach quer durch die Gegend latscht kommst du ooooh ooooh komm hier treff mich nicht uuuuuuuuuh danke ey wie viel da oben durchschießen was für ne kleine Schlange komm schon und ja ich beleidige gern also im Spiegel wenn wir schon mal anhören doch er kann ja nicht mehr es beleidigen denk ich mal als ob noch nie jemand in einem Spiegel fluchtet und ich fluch besonders gerne ich weiß gar nicht was ich schon im Auto rumgeflucht hab also wenn man fährt und irgend so nen Spukkut zieht vor einem raus ey uuuuh da sollte man mir nicht zuhören ey gut das mach ich auch normalerweise nur wenn ich alleine bin oder in Sekiro in Sekiro reg ich mich gerne auf nja sind oberster stockwärg ich dacht man schon grad schau wie hoch geht denn das noch lalalalala Ahnöööö? Ich werd euch aus. Scheiße. Ach warum hast du das gemerkt was er auf dich schießt? Wie er schnappt er den nach? Was? Was zur Hölle schießt ihr auf mich? Du kleine Schlampe. Hört auf immer so Kamikaze-Dinger zu machen. Das ist total... Keine Ahnung. Scheiße. Für euch wirkt es zwar, aber ihr verdammt nochmal, ihr seid eine scheiß KI. Keine Sorge, deswegen werde ich da nicht aufhören. Da hinten ist ja auch einer. Warum treffe ich den nicht? Alter, warum habe ich jetzt den nicht getroffen? Ich hatte den doch noch voll im Blick. Wir sind jetzt da schon wieder. Das finde ich in Ordnung, weil ich jetzt direkt auf die gezielt habe und sie mich ja nah aufziehen. Aber dieses immer so, dieses bisschen hin und her zuckeln, was die manchmal machen. Jetzt gehe ich genau jetzt, wo du auf mich ziehst und schießen wirst, ein Millimeter nach rechts. Ich meckere bisschen viel, ne? Obwohl das jetzt die letzte Meckerrunde zwei Tage her ist. Aber wir sind hier nicht fürs Meckern, sondern fürs Töden. Wir werden hier fürs Töden bezahlt. Und dieses Mal ist es auf jeden Fall komplett sinnvoll, die umzulegen, diese elenden, dreckigen. Hier bitte Schimpfwort einfügen. Die wo... oder die... Ja, bleibt da stehen. Natürlich hat es sich wieder nicht getroffen, oder? Oh ihr seid so... Nein, wirst du nicht... Schnauze... Sterbe... Einfach. Wir nehmen ja nur den da hin. Bei dem da krall ich mir, weil das doch schon ein Spacko ist, ey. Und ist das so schwer? Ich sollte doch öfter davon Gebrauch machen, wenn wir näher rankommen, oder so. Ich habe keine Schuppen. Hä? Irgendwer ist da runter gesprungen. Wo denn? Nein, nein, nein. Scheiße. Ey, ich bin hier. Keine Sichtkontakt. Du kleiner. Genauso wie man sich manchmal... Nicht drauf verlassen. Ey, du willst dich doch verarschen. Die kleinen... Messkerle. Mach mal, jetzt halt. Ich treffe von der Seite aus an. Oh, fuck. Oh, doch. Wieder kann ich von oben treffen? Hä? Wirst du mich jetzt verarschen? Warum treffe ich den nicht? Wirst du mich jetzt verarschen? Warum treffe ich den nicht? Ja, sehr gut. Damit hast du dich zum Tode hingelegt. Achtung. Ich sehe Fallbewegung auf dem Dach. Gott sei Dank. Ihnen Nervensägen. Wobei das wahrscheinlich aber auch einfach die Taktik von denen ist, ne? Dass die... Das ist... Weil die... Ja, wir haben ja Schutzwesten. Dann greifen wir doch einfach mal an. Ich bin trotzdem behindert. Ich meine, das sind verdammt scheiß ausgebildete Soldaten. Also... Vermutlich. Ich meine, in dem einen Video war es ausgebildete Soldaten. Rest through. Äh... Kontrollterminal offline. Da das Hauptterminal defekt ist, sind wohl ein paar zusätzliche Schritte nötig. Suchen Sie nach einem funktionierenden Computer. Wir müssen die Verbindung manuell herstellen. Wir brauchen eine gute Antenne und einen noch besseren Funksender. Beides finden Sie hier. Gehen Sie da raus und richten Sie die Satellitenschüsseln aus. Unter jeder sollte sich eine Konsole befinden. So. Snipey, Snipey. Oh, ne. Jetzt schon wieder so eine. All die Schnauze. Du hast eine kleine Waffe und rennst auf dem Zug. Das ist ja genauso dämlich wie alle anderen. Wirklich? Ach was! Wer hätte das verraten? Mary Poppins? Nein, Kinder. Ich halte mich behindert und laufe ins Feuer. Nein, Kinder. Ich halte mich behindert und laufe ins Feuer. Ach, scheiße. Hallo? Ich habe die Koordinaten für die Satellitenschüsseln über Isaac gesendet. Es sollte nicht allzu lange dauern, sie auszurichten. Das müssen Sie immer noch für jede Einzel machen, aber immerhin geht es so schneller. Ja, aber die Gegner kommen gerade. Mach mal! Nein! Ich halte dich an! Du hast mich gesehen, Mann! Boah, voll in die Seite. Das hat jetzt schmerzhaft ausgelaufen. Der schließt gerade durch die scheiß Wand, Mann! Hä? Nein! Oh! Hört doch auf, immer hinter mich zu rennen! Verdammt nochmal! Werfen wir dir die Wichter! Ansturm! Wie? Ansturm! Schmerzhaft! Nein! Warum treffe ich den nicht! Boah! Boah! Ich muss mir echt noch eine MG holen irgendwann, bitte. Is das der andere schon wieder? Das Auto, ey, muss man auch voll für den Arsch. Und ich weiß, Auto-Aben ist ja kacke, aber bei einem Konsolenspiel ist es schon besser, wenn man Auto-Aben hat. Ich habe Payday 2, glaube ich, mit einem Combo gespielt. Ohne Auto-Aben kommst du da gar nicht zurecht. Im Prinzip hast du immer bloß... Ah, Zielen schießen, Zielen schießen, Zielen schießen. Die kommen schon absichtlich da gleich, ne? Nein, das mache ich jetzt so. Und ja, mir ist klar, dass ich das Radar oben habe. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Das erinnert mich gerade an den Film. Voll auf die Nüsse. Es geht mir gerade voll auf die Nüsse, dass die sich so verstecken, diese Arschkrampen. Aha, aha. Wer hat euch denn verraten, dass ich da hin will? Ja gut, ist auch nicht schwer zu verraten, nachdem ich schon zwei davon benutzt habe. Was ist der andere? Es ist ja immer keiner, dass das die... Also die KI sind nicht schlecht in dem Spiel, aber dass die... Hä? Hä? So. Jetzt endlich schüchtern... Nein, warte, da ist immer noch einer. Da oben ist immer noch ein Ruder ran. Was sind zwei? Hör auf, steh, ich bin verrückt, um durch die Gegend zu laufen. Oh, scheiße. War der. War der, gar... Oh. Oh. Aber in diesem Tor zu... Oh. Oh, mir tut mein Fuß weh, ey. Katze, du bist schwer. Jetzt kommt ein Gegner. Oh scheiße, oh scheiße Nein Ist der andere da Komm schon Das ist doch ein scheiß Witz Das ist doch ein Witz, Mann Das ist doch ein scheiß Witz, das Spiel Ach, komm ey Plötzlich taucht eine Hinterheim wieder auf Musik 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 Musik